Mach beides, es gibt genug Knochen, ja, ist klar. Da könnte er recht haben. Es ist jetzt gerade nicht so, dass es an Knochen mangelt, aber ich glaube, beides sehen scheiße aus, weil dann, wenn wir jetzt erst hier noch einen haben und da noch und dann steht davor wieder einer, sieht das doof aus. Das kann aber auch doof aussehen, wenn hier einer ist und da einer ist. Also ich glaube, ich packe die erstmal so nebeneinander hier. So, Kevin bringt schon wieder keine Baumstämme, muss ich glaube ich wieder selber los. Ah doch, da, er rennt nur ein bisschen weiter raus. So, jetzt gucken wir mal, ob der hier noch passt. Ja. Ja. Aber bei dem doch jetzt. Jetzt macht er den auf. Ah, nee, der war das, ne? Den will er irgendwie nicht. Können wir den nochmal neu aufstellen? Hm. So. Ach, Kevin, was soll ich, was soll ich mit dir noch machen? Geht der Äußere irgendwie immer nicht? Oder was ist hier immer das Problem von diesem Scheißzaun? Ja, irgendwie haben wir Bock auf Stacheln. Ich finde das ja gut. Dafür habe ich es ja gebaut. Ein rohes Bein. Alter, das war knapp. Ich habe nur den Fuß gesehen, Alter. Das war knapp. Ja, hier, hier. Komm, komm mal hierher. Komm mal hier, komm mal lecker bei mich bei. Hier bin ich. Hey, Uwe Ochsenknecht. Ich bin hier. Interessiert den nicht so, ne? Der hat Bock auf Mauern, ne? Hier. Na gut. Oh Gott, der war eben drauf. Alter, was da reingeht. Da ist noch ein Täschchen wieder. Was da reingeht, ey. Hat jemand mitgezählt? Sieben Pfeile? Ja, ich meine gut. Wäre ich jetzt besserer Schütze, würde ich den wahrscheinlich mit zwei Pfeilen oder drei Pfeilen auch runterkriegen. Allein schon wegen Kopftreffern, aber da seid ihr hier an der falschen Adresse. Wie habe ich meinen YouTube-Kanal damals beschrieben? Ich glaube, es steht sogar immer noch so da. Irgendwas mit, hier gibt's Let's Plays aus Spaß am Zocken und nicht, um zu zeigen, was für einen Skill ich habe. Und dann ganz fett, ich habe keinen. Okay, du hast sogar noch ein schlechteres Aim als ich. Ne, ich kann seine Waffe nicht nehmen. Habe ich beim letzten Mal schon probiert. Ich habe eben schon wieder die Füße gesehen und schon wieder Angst gekriegt, ne? Mäuschen, Mäuschen. Ich kann mal speichern. Ich habe ja gerade schon wieder so einen Fetten überlebt. Behemiger Typ, ey. So. Ne. Dann bauen wir den anderen beiden jetzt auch mal ein Stühchen. Falsch, 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 Falsch. Oh nein, sie brennt. Sie brennt. Jetzt nicht mehr. Oh Mann. Hier hat man aber auch nicht seine Ruhe. Kannst du sagen, was du willst. Kevin kommt nicht zum Arbeiten. Komm mal her, hier zu mir. Hier ist, äh... Ich hab lecker Sachen für den. Er sieht aber auch... Alter, was ist er denn, Alter? Was hat der denn für Auswüchse? Was ist der mit... Haben sie den mit dem Frosch gekreuzt? Oder was ist das? Das ist ein normaler. Also, normal. Ja, ich weiß. Ich hab's gesehen. Ich hab's gesehen. Das fiech mal an. Und der kommt auch noch rein. Der nimmt aber irgendwie keinen Schaden. Von den anderen Dingern. Das ist so ein bisschen... Das ist so ein bisschen... Oh doch, jetzt. Ja, wunderbar. Immer Rinder. Immer Rinder. Oh, der steht wieder auf. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Das ist irgendwie auch so interessant zuzusehen, ne? So, was läuft mit dem falsch? Was läuft mit dem richtig? Guck mal hier, hier. Ja, und wieder ab. Oh, ich würd' ihr so gerne ein Speer geben. Damit sie auch mal ein bisschen fighten kann. Ja, ja, ja. Komm, komm, komm. Ja, fast. Ah, nicht ganz durch die Falle. Was macht der da? Der zieht irgendwas da, der andere. Aha. Du bringst mir einen Baumstamm. Und was bringt dir das jetzt? Achso, ich dachte, ich muss dir helfen. Was hat ihm das jetzt gebracht, frage ich mich. Ich frage mich, was hat ihm das gebracht? Wer will nicht in die Falle laufen da, ne? Doch, jetzt. So, und jetzt kriegt er wieder eine gelatscht. Ne, doch nicht. Aber er ist noch da. Das war jetzt mal, äh, ein besserer Game von mir. Ja, wir müssen unbedingt mehr von diesen Fallen bauen. Auf jeden Fall. Hm. Frage ist, wo? Einfach wahllos, oder? Ich würde ja auch die, äh, die hier gerne mal ausprobieren. Aber die kostet zu viel, ne? Ich klatsche einfach mal hier noch eine hin. Und hier kommen sie ja auch immer ganz gerne. Oh Gott. Bin ich selber da reingelaufen? Hm, so. Jetzt brauche ich Stickies. Auch Stickies. Und vor allen Dingen muss ich ganz dringend speichern, glaube ich. Waren ja wieder Leute da. Der war schon verletzt. Danke. Danke. Wirklich. Danke. Anstatt mal zu sagen, hey, hast du toll gemacht. Der war schon verletzt. Ah. Danke, Kevin. Oh, der andere müsste eigentlich fast noch ein bisschen dichter. Aber ich, äh, übersehe das jetzt einfach mal. Hm, äh, übersehe das jetzt einfach mal ausprobieren. Ich, äh, übersehe das jetzt einfach mal ausprobieren. Ich, äh, übersehe das jetzt einfach mal ausprobieren. So, bis zum Wasserbaum bitte dran, ne? Wo war's das? Oh, Mann. Hab doch nur schon wieder Schritte gehört. Und man hier eh schon schwer hört. So, jetzt können sich alle hinsetzen. Jetzt können sich alle hinsetzen. So. So, ich brauch Sticks. will aber eigentlich auch gar nicht so weit raus. Und wenn jetzt einer kommt, der brauchen wir nur eine verpassen. Ich nehme nicht gerade so viel Energie, hab ich nicht mehr. Dann kommst du da mit Alu-Ivera. Danke. Danke, dass du das in den Baum reingelegt hast. Ah, wir haben gar keine Seile. Aber wir können's ja schon mal bis zu den Seilen fertig bauen, ne? So, nach und nach. So, Kevin macht Pause. Dann hat er sich das wohl verdient. Ich weiß es nicht. Ich guck mich schon immer die ganze Zeit um, ne? Ich hab das Gefühl, die stehen sofort gleich wieder auf der Matte. Und, Kevin, kannst du noch mal los oder kannst du nicht mehr? So, Federn, bis der Arzt kommt. War ich das? Ey, ich bin jetzt langsam paranoid, ey. Weil die auf einmal einmal kommen. Gut, diesmal gegen alle. Warum die manchmal nicht funktionieren, ich weiß es auch nicht. So, wenn du da noch unterwegs bist, dann kann ich glaube ich auch noch unterwegs sein, oder? Eigentlich warnst du mich ja. Eigentlich. Jetzt müssen wir mal gucken, was wir aus den Pflanzen so machen können, ne? Dann haben wir auch noch gar nicht. So, hier muss auch nur noch ein Seil rein. So, hier muss auch nur noch ein Seil rein. Gut. Kevin macht weiter. Ja. Also. Kombinieren. Gesundheitsmischung. Gesundheit. Schafgarbe und Aloe Vera. Müssen wir mal mit sowas arbeiten hier, oder? Health Mix Plus. Mhm. Nimm wir mal. So, Health Mix Plus war das. Oh Gott. Und irgendwas, was wir noch nicht haben. Doch das und Aloe Vera. Wischen wir mal ein paar davon, oder? Komm jetzt, guck nach unten da. Ah. Ah, wir haben kein Aloe Vera mehr. Gut. Ein Aloe Vera mehr. Gibt es schon schlafen sollten? Ah, es wird wieder hell, ne? Was denn? Was denn du da? Wolltest du mal ein Pferd werden, oder was? Jo. War toll, ja. Hast du mega geil gemacht. Also ich bin begeistert. Ich bin begeistert, Alter. Standing Ovations. Wie ein Dirn. Standing Ovations. Mehr kann ich jetzt irgendwie sagen. Äh, Hunger, mehr. Mehr Hunger hat er. So, es wird hell, ich kann ein bisschen sehen. Ich ziehe eigentlich noch irgendwie totes Tier, oder so. Ne, ist erstmal nichts reingelaufen, ne? Ja, Beete könnte ich auch noch bauen für Heilpflanzen, ja. Ich mich die ganze Zeit frage, ist, habe ich hier genug Platz dafür, ne? Aber eigentlich ja, ne? Wenn man hier so ein paar Beete hin macht. Hier wollte ich noch ein Trockengestell eigentlich, damit Kevin nochmal ein bisschen Futter holen kann nachher. Das können wir auch nochmal eben machen. Waren das aufbewahren? Ja. Fallen. Wartenarbeit. Besorgung. Lagerung. Schön in das andere mit rein. So. Und Geländer, ja. Nö, Geländer brauche ich nicht, wenn ich das hier habe. Hoffe ich. Also. Ich könnte mal gucken. Kann ich das überhaupt bauen? Ah, keine Sticks. Schon wieder keine Sticks. Leute, ich habe schon wieder keine Sticks. Ah, ich habe mir auch so ein Mammutprojekt vorgenommen, ne? Ich kriege diesen Zaun ja nie fertig. Ja, Sticks. Also ich gehe jetzt mal vorsichtig hier nach oben. Wo wir immer spawnen, wenn wir einen weggekriegt haben. In der Hoffnung, dass da wieder was gespawnt ist, dann haben wir wieder Seile. Dann hätten wir wieder Seile. Dann hätten wir wieder Seile. Ja, schon wieder in www.bettermetter ожидmeld.com Dann drei Punkte, dann irgendwann wieder empfiehrulter. GA.